Everybody wants to lose Everybody wants to, wants to lose Man hat keinen besseren Vergleich gefunden dabei und zwar den werden Vibes X, Gardu sag mal hallo Beeeee, das war's dann mal wieder komplett und dann haben wir noch den Erik dabei Ich bin jetzt super-Gamer-Attack Das war's dann mal wieder komplett, Leute Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Game wieder Heeeee! Bei einem Sagt er zu zu Niklas, Vibes XK2 und Erik. Und... Ich hab halt kein Gamertag, ne? Ich hab halt kein... Ich bin der Gamertag-Lose. Keine Fresse! Ich will einmal ein Lobby mit Amis haben! Und nicht mit Deutschen! Ich will nie wieder gegen Amis spielen. Gibt's denn bitte wieder Deutsche? Ja, komm, wir spielen. Wir spielen immer kurz eine Runde infiziert. Das kann ja nicht so abfackend sein. Ein paar Sekunden später. Dome, komm, Dome! Was? Das war's denn mal wieder! Komplett! Macht's gut, Leute! Das war's vom heutigen Video! Ich wünsch' dir noch wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend! Wenn ich jetzt komm, komm, äh, Ding ins Tunnel rein. Ich würd's dich doch eh töten. Gar nicht. Nein! Nein, Erik, ich erkenne mich nicht! Komm, ich ne... Digga, was bist du denn so'n Wecker? Äh... Dieser Scheiß-Wecker! Die Scheiß-Wecker! Ich war so was von drauf. Ich war so was von drauf, Alter. Last Magic, oder's? Jo. Ich kann mir mal noch sagen, wieso ich nicht drauf war. Der Dome aber auch springt wie ein Hurensohn, ne? Der Dome schwitzt auch grad wieder wie so'n... Ich hab nur gar nicht geschwitzt. Ja, 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 aber übel. Hör mal auf zu schwitzen. Hör auf doch zu schwitzen, Alter! Ja, das war's denn mal wieder. Komplett, Niklas! Scheiße! Hahaha! Das war's denn mal wieder! Komplett, nein, Digga! Kannst du nicht bringen! So, Leute, das soll's denn auch schon vom Video gewesen sein. Ich hab nämlich eben gerade angefangen, das Video zu schneiden. Beziehungsweise bin ich jetzt sogar fast fertig. Und mir ist aufgefallen, ich habe gar keine Endcard gedreht. Und deswegen nehm ich dir jetzt im Nachhinein auf. Entschuldigt das bitte. Machen wir heute einfach mal so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dies der Fall ist, zeigt es mir einfach mit einer positive Wertung und einem Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr mehr Bock habt auf solche Art von Videos, so wie einfach mal wieder ein bisschen rumrage, wenn ich das Ganze so ein bisschen auf Fanny trimme, dann schreibt mir das gerne in den Kommentar und zeigt es mir anhand eines positiven Daumens. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, soll es das, wie gesagt, für's heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich habe jetzt erstmal Urlaub. Absolut geil. Haut rein!